Da oben ist er. Der Berg. Das Licht des Bergs. Und man sieht, bei mir jedenfalls, dass mein... Ach, dankeschön. Äh... Oh, böse, böse. Dass, wenn ich nicht an meinem Partner hier dran bin, dass dann meine... meine... meine Fähigkeit zu fliegen verschwindet. Das heißt also, wenn ich so laufe... Der will die ganze Zeit an mir dranbleiben, na gut. Dann wärmen wir uns halt. Okay, jetzt kommt hier der Wind und wir müssen uns... vor diesen Dingern hier schützen, damit wir nicht nach hinten gepustet werden. Ich geh hier hin. Du kannst da vorne hingehen. Auf jeden Fall, man sieht jetzt, dass es zurückgeht. Und mir der Schal einfriert. Und das heißt schon, dass es sehr kalt ist. Unserem Partner passiert das aber auch. Oh, da war er knapp. Sieht schon sehr kalt aus. Genau diese... Genau diese gleiche Figur spielen wir auch in Abzug. Jedenfalls sieht es vom Körper her ähnlich aus. Und von den Augen und von der Kopfform und so. Hey, ich komm schon. Man merkt schon, wenn wir jetzt so volle Möhre... Okay, jetzt ist es okay, aber... Wenn wir eingefroren sind, dann hat er nicht mehr so viel Spaß daran, das so... zu machen und sich dabei zu drehen. So, bist du weggeblasen? Nee, hast Glück gehabt. So, erst mal Schlieder schön wärmen. So, jetzt gleich kommt... Das ist so eine kleine Hassstelle von mir in dem Spiel. Irgendwie... Es gibt in den Spielen immer irgendwelche Stellen, die ich nicht mag. Hallo! Die süße Quale. Die süße Quale. Da unten, da geht's steil bergab. Und wir müssen, wie man sieht, etwas gegen den Wind ankämpfen, der hier weht. Ey! Aber da vorne ist schon die nächste Steintafel und ich glaub sogar das nächste Symbol. Cool! Ja, okay. Ein Tafel. Was sehen wir? Ähm. Ja, böse Kreaturen. Okay, doch kein Symbol. Schade. Ich dachte, da wäre noch ein Symbol. Ich komme mal zu dir. Ich finde es auch schön, dass die immer so leuchten dann so. Wie man da zusammenläuft. Alles eingefroren. Jetzt kommt die Assi-Stelle, die ich nicht mag. Auf jeden Fall, wir müssen da vorne in dieses kleine Hütchen rein. Und dann haben wir ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeitgedöns. So, wir sehen hier wieder dieses mega tolle Dings. Diese Kreatur. Wir dürfen halt nicht in diesen Lichtstrahl rein. Okay, ich komme einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob da oben noch was war. Äh. Das Wind. Aber wir müssen da vorne wieder ins Hütchen. Weil dann schon wieder der nächste Gegner kommt. Ich glaube, in irgendeinem Hütchen ist auch ein Symbol drin. Man merkt richtig, wie anstrengend das ist. Oder war da, war dann, oder war das das alles? Ich meine, das wäre mehr gewesen. Aber ich kann mich auch irren. Richtig eingezugefroren, unser Charakter hier. Das ist alles, das ist alles, was wir haben. Also, komplett aufgeladen. Da hat man schon gesehen, so viel Freude ist da nicht mehr bei. Und so viel, äh, Energie. Wo ist der Kollege? Der Kollege steht da hinten noch dran. Der Kollege? Kommt. Okay. So. Der düstet seine Runde, oder was? Geht so aus. Ja gut, weil er hat hier halt mehrere Möglichkeiten, langzulaufen. Komm mal mit zu dir. Ich hoffe mal, ich kriege das noch hin. Also, ich darf eigentlich nur unseren Körper nicht sehen, denn Schal darf er sehen. So, mein Schal ist leer. Ich kann nicht mehr fliegen. Aber, wir haben geschafft. Das ist, das war wieder alles. Das ist, weil unser Schal halt komplett leer ist, zugefroren ist, haben wir halt nicht mehr so viel Energie. Das sind wieder ein paar Quallen. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Energie, weil ich mich gewärmt habe, mein Ihmchen. Ich meine, hier wäre noch irgendwo was versteckt gewesen. Hier war es drin. Die ganze Zeit am Quatschen, ey. So, was kommt jetzt? Das weiß ich selbst nicht mehr. Das sieht nochmal sehr nach Wind aus. Ach, genau. Jetzt kommt die Brücke. Das ist, was mein Schal. Ich bleib hier stehen. Ah! Nein! Irgendwo geht's auch hier rechts runter, glaube ich. Das ist alles, was wir jetzt haben. Das ist noch weniger als vorhin. Da geht's nichts runter. Ah! Neun! Ei, ei, ei. Okay, da wo dunkel ist, da kann man sich hinstellen. Okay. Nicht runterfallen. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn wir runterfallen. So, und jetzt kommt der anstrengende Weg. Es ist voll nicht mehr weit. Und ich krieg jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das hier spiel. Jedes Mal. Wie unser Schal einfach komplett an Länge verdiert. Wo ist mein Kollege? Da ist mein Kollege. Ach, ich hab schon gar keinen Schal mehr. Ich weiß, er hat nur noch ein Fitzelchen. Wir werden hier von links nach rechts und von rechts nach links. Wie es einfach nur sau anstrengend ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir werden immer langsamer. Vielen Dank. Und dann ist sie die Energie auch mal komplett weg.